Guten Morgen. Aufstehen. Gilt das als wach? Wenn er sich bewegt, ja. Das bin ich, Beatrice. Für sieben Tage ziehe ich ins Internat. Ab jetzt jeden Tag Wegdienst, feste Essenszeiten, Leistungsdruck. Morgen. Das Wort Internat verbinde ich mit Heimweh. Sieben Tage lebe ich mit Jugendlichen zusammen, weil sie ein halbes Leben im Internat verbracht haben. Fern von den Eltern. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, weit weg zu sein von zu Hause. Und davon handelt dieser Film. Clarissa frühstückt seit zwei Jahren jeden Morgen an diesem Tisch. Für die nächsten sieben Tage sitze ich im Speisesaal neben ihr. Fühlt sich an wie beim ersten Schultag. Du kennst keinen, keiner kennt dich. Wir sind da gerade dagegen gekommen. Da sind die Jungs Rückenpflaster und alles so. Das ist aus wie so ein halbes Zähn. So ein Chef muss dann bezahlen. Die hat nichts endlich was zu tun. Bitteschön. Schwierig, in einer eingeschworenen Gruppe die Neue zu sein. This is your sports kit for the week. Und das ist auch so ein Läubchen für Sport. Okay. Perfekt. Hier ist alles da. Perfekt. Hier Schuhe, hier Schuhe. Hier Schuhe. Die Zimmer werden alle kontrolliert. Ja. Etwas Ordnung muss schon sein. Jawohl. Jawohl. Okay. Bis nachher. Vielen Dank. Tschüss. Ein britischer Internatsleiter, Schulkleidung für den Sport. Das kenne ich von früher. Ich war auch mal für kurze Zeit in einem Internat. Uniform war da Pflicht. 40 Mädchen lagen Bett an Bett in einem Schlafsaal. Hanni und Nanni hatte ich mir damals anders vorgestellt. Oft hatte ich Heimweh. Die Mannschaften müssen sich jetzt anmelden. Clarissa liebt Moritz. Auch das gibt's natürlich im Internat. Liebe. Moritz ist eine Klasse weiter und schreibt nächste Woche sein Abitur. Wenn er die Zulassung schafft. Denn die steht offenbar auf der Kippe. So. Kriegen wir vier Teams? Ja. Was für'n Ding? An Exzesspoint. An Exzesspoint. And we need a leader. Irgendwann um das Internet verteilen. Ja und was machen wir jetzt? So we need an Ankündiger. And that's gonna be you. Or you, Ellie. And you have to then say who's playing. Alright? Girl power. We're going to win. And we're going to surprise that. Teamgeist. Auch das zählt im Internat. Are you an RT? Christoph ist der Jüngste hier. Eine seltsame Vorstellung. Christoph wird seine Kindheit und Jugend im Internat verbringen. Ohne seine Familie. Erstes Spiel. Wir gegen die Erzieher. Erzieher. Komisches Wort eigentlich. Wuhu! Holst du auf, lass den stehen. Danke. Damit fahren wir? Danke. Das war die Superkacken-Win-Aufschlag. Wuhu! Wohu! 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 Ja genau, mach mal einen Aufschlag. Da geh ich da hin. Doch, doch, du geh einfach rüber! Die Erzieher bekommen hier alles mit. 24 Stunden am Tag. Ja sehr gut. Wer in wen verliebt ist. Wer Schwierigkeiten hat. Wer mit Prüfungsangst kämpft. Ja, Alter! Ja, Alter! Nein! Wuhu! 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 Nehmt bitte einen extra Platz. Oder vielleicht auch zwei. Je nachdem wie viel schreiben müsst. Eine Rekonstruktion ist im Test nicht mehr dran. Es ist nur eine Parameter bestimmen bei einem Integral. Was? Ein Buchstabe. Lest bitte erst alles durch. Oh Gott, Mathe-Test. Allein das Wort Mathe-Test weckt schlimme Erinnerungen. Das heißt, du hast eine 50-50-Schatz. Den Druck im Klassenraum kann ich förmlich auf der Haut spüren. Klar, Internat ist neben all dem gemeinsamen Spaß, vor allem eine Schule, in der man wohnt. Hier wohnen auch Noten, Leistungsdruck und die Angst, es nicht zu schaffen. Alles unter einem Dach. Und jetzt fangen alle mit dem Buckel an. Und jetzt fangen alle mit dem Buckel an. Ja. Und jetzt fangen alle mit dem Buckel an. Ja. Gibt es Ärger, wenn man zum Spiel kommt? Ja. Ab und zu geht es dann. Muss man danach abwaschen. Und jetzt fangen alle mit dem Buckel an. Vielen Dank. Willst du mal gucken, ob da irgendwie fehlt uns da ein Ja? Abiturklausuren aus zwei Jahrhunderten lagern hier im Archiv. Das muss man sich mal vorstellen. Die Geschwister, Väter und Urgroßväter der jetzigen Schüler sind hier geprüft worden. Internatsgeschichte ist für viele eben auch Familiengeschichte. In den Regalen verstauben Briefe, die in den Zimmern gefunden wurden, in denen wir heute schlafen. Wie die Internatsschüler sich wohl gefühlt haben, damals. Das ist das hier, Exemplar Futurum. Da scheitere ich dann. Ich glaube, hier oben ist es am besten, ob man hier angeregt. Was ist das? Herr? Wir. Ach, das sind wir? Das sind wir und ein A am Ende. Jetzt lacht der, ne? Wir, Prinz zur Lippe, edler Herr und Graf, zur Biester, Biesterfeld? Ja. Also mein T sieht aus in der Sieben. Sein Leben umstellen. Steht das so um? Ja, das habe ich nur gelesen, weil das da... Das ist ja eigentlich das Traurige eben, dass wir die Texte von unseren Großeltern schon gar nicht mehr lesen können. Ist es eine Bürde für die Schüler, dass hier auch schon die Ahnen gelernt haben? Oder macht es das leichter, sich hier zu Hause zu fühlen? Die Familie war ja schon da. Nachmittags ist Rossleben wie ausgestorben. Lernstunde. Jeder für sich. Erst gegen vier kommt wieder Leben in die Bude. Und genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Rumhängen mit Clarissa und den anderen Mädels. Haben die eine Negerkuss-Fabrik? Äh. Ist seit morgen Abi. War der Eimer voll? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich selber könnte mein Kind nicht in der fünften Klasse ins Renat schicken. Aber ich glaube, wenn man dann einfach so beruflich eingespannt ist und es dem Kind damit besser geht, dann ist es schon die richtige Entscheidung. Ja, also ich muss echt sagen, es war die beste Entscheidung, die meine Eltern treffen konnten. Mich in der fünften vor allen Dingen auch schon aufs Internat zu schicken. In der fünften schon? Ja, finde ich schon. Weil da habe ich mich total anders entwickelt, als ich vielleicht zu Hause geworden wäre, weil ich überhaupt nicht unter dem Einfluss meiner Eltern stand und habe eigentlich komplett eine eigene Persönlichkeit entwickelt, die gar nicht von meinen Eltern so groß geleitet war. Ich glaube, die eure Geschwister haben andere Verhältnisse zu euren Eltern. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also dadurch, dass meine Geschwister auch direkt bei uns mit zu Hause quasi wohnen, ist sowas komplett anderes, als wenn ich schon quasi mein halbes Leben hier im Internat, also die Zeit ich bewusst erlebt habe, bin ich schon im Internat. Wenn ich hier zurückkomme und von wie ich runter fahre und schon das Internat sehe, habe ich richtig Herzklopfen über. Da freue ich mich jedes Mal, vor allem nach den Sommerferien richtig extrem, aber auch im Wochenende. Ja, oder auch nach den Osterferien, oder ich wollte in zwei Wochen sein, das ist auch schön. Ich finde, am schlimmsten ist es immer, wenn die Ferien anfangen, man erst mal nach Hause fährt und er auf einmal alleine ist zu Hause. Und es ist keiner um einen rum, der einen den ganzen Tag nervt oder den ganzen Tag irgendwie um dich rum ist, sich mit dir unterhält oder so. Das ist richtig komisch, am Anfang, dann über die Woche gewöhnt man sich da so dran und am Ende der Ferien denkt man sich, ja, endlich wieder zurück. Und? Hast du Spaß? Werde ich keine Kinder kriegen können, verschaffe dir einen besseren Eindruck. Das ist so ein megacooles Antwortenbuch, man stellt eine Ja- oder Nein-Frage und dann steht mal das Buch auf und dann kommt eine Antwort. So, wir versuchen das jetzt. Ja, wird Charlottei Abitur bestehen? Nein, so ist die Reproduktion nicht. Ich bin jetzt mit Deutsch, aber okay, ob ich morgen ein gutes Gefühl habe nach meinem Deutsch-Abitur. Macht dir keine Sorgen! Ja! Ich frag noch mal, ob ich mein Abitur bin. Es wird dir Kraft geben. Das Abitur gibt dir Kraft. Das heißt, du bestehst. Ja, und es wird ein super gutes Abitur, weil es gibt dir Kraft und Durchstark. Kann ich Karriere machen, ne? Auf jeden Fall, mit dem Abitur. Ich werde eine von den ganz weit oben sein. Ja, und du bist keine Mutter. Ich möchte aber, Mutter wäre ein recht. Nix, leider muss Karrierefrau. Man kann doch Beis jetzt machen. Nee, ist raus. Doch, das geht. Hier sollte man wahrscheinlich nicht schwimmen gehen. Nee, hier ist echt stilles Wasser. Das ist richtig. Hier schwimmen irgendwelche alten, lächeligen Fische. Wir können auch zur Eisenbahn drücken. Ich glaub, das ist ziemlich gut. Für mich ist es schon zu Hause. Aber ich hab quasi zwei zu Hause. Also bei meiner Mama und hier im Internat einfach. Und natürlich verbring ich hier deutlich mehr Zeit als zu Hause. Und hier ist auch natürlich viel los. Aber man hängt natürlich auch den ganzen Tag mit den gleichen Leuten rum. Immer auf einem Haufen. Moritz und Clarissa sind praktisch nie allein. Wie soll es denn da noch mit der Liebe klappen? Schafft ihr euch denn eigentlich eure ... Also in diesem ganzen Tross, dass man sich viel sieht und so. Wie schafft man denn da für sich irgendwie so einen Zweierraum zu ... Also weißt du so ... Unternehmt ihr mal was zu zweit? Also geht die zusammen ins Team oder so was? Doch, doch, doch. Ich mache am Wochenende ganz viel. Wir fahren am Wochenende mal zu mir oder zu ihm und zu irgendwelchen anderen Freunden. Also das funktioniert ganz gut. Aber dadurch, dass wir hier die ganze Zeit schon mit Hannah zu leben, kennt man das natürlich auch irgendwie gar nicht anders. Deswegen ist es eigentlich vollkommen okay. Und am Wochenende, wir haben jetzt auch im Mai ganz viele verlängerte Wochenenden. Dadurch ist das vollkommen okay. Am Wochenende fährt man einfach mal so ... Ja, dann weg nach Hause. Wir müssen dann zum Fußball. Zum Pussy. Ja, Entschuldige. Gar kein Problem. Und dann ... Die Zeit ist auch immer besonders schön. Abends treffen sich die großen Jungs im Clubraum des Internats. Philipp hat nur noch sechs Wochen. Dann hat er sein Abi. Wenn's gut geht. Komisch, Philipp wollte unbedingt ins Internat. Seine Eltern waren dagegen. Aber Philipp hat sich durchgesetzt. Oh, Petri ist nichts um die Kurve. Es tut mir leid. Die armen Boote. Warte mal. Ganz frei, ganz frei. Das ist ein bisschen wie so ein Ausbruch. Hier brechen nicht nur die Internatschüler aus, sondern auch die Schiffe, die Boote. Ich bin jetzt schon außer Atem, bevor's überhaupt losgeht. Ihr macht doch gar nichts. Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Das ist ein Mikro. Ja, oder? Ja. Achtung! Auf meine Bruder! Drama an der Mauer. Ich mach eh keine gute Figur. Das ist mein erster Ausbruch heute. Okay. Okay. So, immer zwei, Leute. Ich hab da keinen Bock reinzufallen, ne? Na, nein. Gut. Christoph. Yes. Was auch ganz interessant ist, ich bin in der neunten Klasse hier hingekommen und dachte, okay, gut, ich bin jetzt stolze 14 Jahre alt, ich kann nicht mehr erzogen werden. Meine Eltern haben mich schon genügend erzogen und so, ich bin reif und hier kommt sowieso nicht alle an mich ran. Ja. Und da wurde ich dann irgendwann vom Gegenteil überzeugt, weil ich gemerkt habe, dass teilweise auch die Schüler oder Internatler, Älteren, aber auch vor allen Dingen die Erzieher, einen doch enorm noch erzogen haben, auch wenn man's gar nicht gemerkt hat. Ja. Das kann man so sehen, Frau Kluschnig und Frau Mut sind die Eltern, äh, sind die Mütter, Herr Schulte ist der, ähm, wollige Papa, oder ähm, der Vater, ähm, Herr Meier ist unser Onkel und Frau Radiker ist die Tante. Gibt's viele Paare in Roslim? In der Schule, oder? Also im Internat? Ja. Nö, weil eigentlich nicht so. Moritz ist im Moment ja mit Clarissa da, äh, und ansonsten weiß ich's dann. Hast du mal eine Freundin im Internat, oder hast du eine Freundin im Internat? Nee. Ich hatte zwischendurch eine, ähm, ja aus der Gegend, aber, nö. Ich hab da auch jetzt sowieso nicht, aber auch keine Zeit zu suchen, also, also, das tut nicht Not. Ich find das krass, wenn man sich immer sieht. Wie? Ja, das, wenn man, wenn man rausnimmt, dann sieht man die Leute irgendwie irgendwie mehr als Geschwister an, äh, als, als potenzielle Freundin oder Freund. Ach, Mädels. Alles okay, alles okay. Alter Schwede, alles okay? Jo. Jetzt geht's auch viel leichter. Hm? Jetzt geht's auch viel leichter zu paddeln. Ja, ich, 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 glaube, jetzt sind wir drinnen, ne? Ne, das sieht einfach an der Strömung. Aber bild's hier ruhig ein. Christoph, d część, fauch auf zu planschen. Hm? Du sollst auch uns zu planschen. Oh. Was ist das für mich kotzen? Das ist ganz schön streng hier, ne? Das ist einfach so. Wenn du es erkältet, dann kriegst du es nicht gut. Wir müssen auf uns gegenseitig achten, das ist doch klar. Und das macht ihr? So, jede Gruppe macht sein Boot sauber. Mit den Schwämmen. Das geht. Nicht einfach nur so schütteln. Nimm doch einfach den Schwamm rein. Mach so, drückst du drauf, ziehst und dann kommt es auch raus. Was würdest du empfehlen? B ist schwer, ne? Mein Name im Holz der Theke. Gleich neben den anderen. Egal, ob man es lesen kann oder nicht. Spuren hinterlassen. Darum geht es auch im Internat. Man sieht's, man sieht's. Ich seh's. Du siehst es? In vier Falle sie. Rossleben. Der letzte Zug fuhr hier vor sechs Jahren ab. Schon klar, warum Eltern ihre Kinder hierher aufs Internat schicken. Hier gibt es nichts. Keine Shops, keine Kneipen, keine Disco. Ob es den anderen auch so geht wie mir in der Nacht? Da bleibt nur die Ruhe und man selbst. Einsam ist das. Was ist das? Ja, es ist das. Was? Morgen, ne? Wie geht's? Ach, gut. Morgen, ne? Ach, gut. Wenn der runterfällt, kann nichts beschirm. Ich hab frühe Abend im Deckdienst. Da haben mich ganz viele mal angesprochen. Die haben gesagt, wenn mein Dienst würde, das wäre 2 Euro. Das war mal ganz witzig. Ganz egal. Da unten sind die Meisterkeiten. Morgen. 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 Das war's? Ja. Die Mädchen aus der 11. Klasse schreiben heute eine Bio-Klausur. Für Clarissas Freund Moritz aus der 12. geht's heute um alles. Abi-Zulassungen oder eine Ehrenrunde drehen. Wir müssen hier irgendwie einen Weg gefunden haben. Wenn hier kein Wind noch passieren, dann seid ihr in der gleichen Klasse, ja? Ja. Aber ich find's, also ich weiß nicht. Es wäre natürlich echt krankisch, wenn er hier bleibt würde. Und dann müsste ich nicht immer nach Miet fahren. Ja. Also schon ein spannender, spannender Morgen. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, chillen und mein Band-Essen interessiert. Das hab ich noch nicht vergessen. Kann man dir gratulieren? Ja, nicht so. Aber du hast sie. Nee. Hast sie leider nicht gekriegt. Muss leider noch mal. Leider noch mal ein Ja machen. Das ist gut. Hä? Nee. Ja, das ist nicht so schlimm. Nee. Scheiße. Der erste Sommer nach dem Abitur ist der beste. Alles scheint möglich. Nur Moritz hat schon geahnt, dass es für ihn dieses Jahr nichts wird. Aber da steht richtig Scheiße drin, echt. Das Schlimmste war echt, dass jeder von euch immer zugekommen ist. Moritz, lernt doch mal. Ja, ich lerne dann. Wo ist das? In der Zeitung steht ein Bericht über den Abistreich. Da war Moritz noch dabei. Im Konfettiregen stand er in der ersten Reihe. Das musste natürlich auch reingeschrieben werden. Der traditionelle Abi bald steigt am 7. Juli in der rosslebende Kloster-Schul-Mensa. Oh Mann, ey. Wie früh ist das denn? So schön es im Internat auch sein kann. Wenn's nicht gut läuft, ist es schwierig. So weit weg von zu Hause. Schon am nächsten Tag muss Moritz in die Elfte. Eine Klasse zurück. So sind die Regeln. Nochmal den ganzen Stoff von vorne. Immerhin sitzen Clarissa und Moritz jetzt zusammen in einem Klassenraum. Ja, herzlichen Dank. Ähm, wir werden anfangen mit der nötigen Leistungskontrolle. Ihr kriegt gleich nochmal ein bisschen Zeit, das einzulesen. Das ist ja auch etwas, was ich richtig mache. Aber gleich weiter mit Prüfungen. Leistung zeigen. Keine Zeit zum Durchatmen. Nach sieben Tagen ist mir klar. In erster Linie ist Internat eine Schule. Aber auch ein bisschen Honey und Nanny. Und nicht gefährlich. Und nicht gefährlich. Ich weiß es nicht. Aber so ein Internatsleben schweißt zusammen. Vielleicht sogar für immer. Scheine Zeit zum Durchatmen. ushi Untertitelung des ZDF, 2020